Sie ernähren sich gesund. Warum brauchen Sie Vitalstoffe? Vitalstoffe, wie wir uns in diesem Videokurs unterhalten, verstehe ich Vitamine, vitaminähnliche Substanzen, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fette und Aminosäuren. Sie sehen schon eine ganze Reihe von Substanzen, Stoffklassen, über die wir uns in diesem Videokurs unterhalten werden, die für unseren Organismus, für den Aufbau unserer Zellstrukturen unverzichtbar sind. Aber wenn Sie sich mit Vitaminen, Vitalstoffen beschäftigen, werden Sie selber das Problem haben, dass Sie ganz, ganz widersprüchliche Informationen kriegen. Und das ist auch ein Ziel in diesem Videokurs, das aufzulösen und Ihnen wirklich Fakten an die Hand zu geben. Betrachten wir aber als erstes mal die Verzehrstudie, die in Deutschland durchgeführt wurde im Jahre 2008. Die habe ich nicht vollständig hier, sondern ich wollte Ihnen nur einige Fakten daraus präsentieren. Was Sie sich als erstes daraus merken sollten, die Grundlage dieser Verzehrstudie sind immer die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind immer Minimalempfehlungen. Also die Menge an einem Vitalstoff, an einem Spurenelement oder Vitamin, die wir benötigen, um gerade nicht krank zu werden. Aber Sie können sich vorstellen, dass das, der Minimalwert, weit davon entfernt ist vom Optimalwert. Und obwohl diese Minimalwerte in dieser Studie zugrunde gelegt worden sind, und die zeige ich Ihnen jetzt, hat die Studie festgestellt, dass praktisch bei uns in Deutschland kaum eine Zufuhr von Fisch erfolgt. Wir essen kaum Fisch. Und damit haben wir kaum Omega-3-Fettsäuren unserer Nahrung. Diese Verzehrstudie hat festgestellt, dass 79 Prozent der Männer viel zu wenig Folsäure aufnehmen. Und 86 Prozent der Frauen. Und das hat Auswirkungen, und zwar auf das Herz-Kreislauf-Risiko. 79 Prozent der Männer und 86 Prozent der Männer, die einfach zu wenig von einem Vitamin aufnehmen, was sich einfach substituieren lässt und damit ihr Herz-Kreislauf-Risiko potenzieren. Bei Vitamin C, so ähnlich, rund ein Drittel der Bundesbürger nimmt nicht einmal 100 Milligramm Vitamin C pro Tag auf. Die Folge, Vitamin C, das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Immunsystem, Vitamin C, das ist so ein Ding, die immer im Zusammenhang stehen. Aber Vitamin C ist auch verantwortlich für zum Beispiel für den Aufbau der Neurotransmitter, Gehirnbodenstoffe. Vitamin C-Mangel geht einher mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit und so weiter. Und je nachdem, wenn Sie fragen, werden Sie völlig unterschiedliche Informationen erhalten. So die übliche Sprachweise der Verbrauchergesellschaften ist die, wir und die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegen da zugrunde, Vitamine brauchen wir nicht, essen Sie genug Obst fünfmal am Tag, so die Devise, alles ist in Butter. Was ich dazu sagen möchte, fünfmal am Tag Vitamine und Obst oder Obst und Gemüse, so kommt nicht, ist mit Sicherheit richtig. Das ist wirklich wichtig. Das ist die Basis davon, richtig sich gesund und gut und Vitamine und belaststoffreich zu ernähren, ist die Basis davon. Aber in vielen Fällen reicht es einfach nicht. Und der zweite Punkt ist der, dass es einfach irreführend ist, weil viele von diesen Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin B12 und auch Vitamin B6, aber in erster Linie Vitamin B12, nehmen wir durch tierische Produkte auf, durch Fleisch. Von dem her nützt uns überhaupt nichts, wenn wir uns zum Beispiel vitaminreich ernähren, durch Obst und Gemüse, aber zu wenig Fleisch essen, wie es zum Beispiel bei Veganern, bei Vegetariern der Fall ist. Diese Personengruppen kommen dann in ein Vitamindefizit, nämlich von Vitamin B12. Sie sehen schon, sehr komplexes Thema, was man sehr differenziert auch angehen muss. Aber das machen wir genau in diesem Sinne. Wir werden es ganz differenziert uns angucken und betrachten. Wenn Sie jetzt so Ihren Arzt fragen, dann werden Sie auch dort sehr, sehr widersprüchliche Informationen kriegen. Das liegt einerseits daran, dass die Ernährungsberatung, Ernährungsmedizin von den gesetzlichen Kassen nicht bezahlt wird. Das liegt daran, dass Laboruntersuchungen auch nur dann indiziert sind und bezahlt werden, wenn praktisch schon ein Vitaminmangel vorliegt. Dann ist es eine gesetzliche Leistung der gesetzlichen Krankenkasse, aber nicht als Präventivleistung. Und die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen haben auch das Problem, dass sie ganz, ganz eng gestricktes Budget haben. Und von der Zeit her, das haben Sie selber in den Praxen schon gemerkt, überhaupt bei brechend vollem Wartezimmer nicht die Zeit haben für ein ausführliches Ernährungsberatungsgespräch. Und das, was Sie dort zu hören kriegen, ist häufig das ja, ernähren Sie sich gesund, ganz plakativ oder es kann nicht schaden oder vielleicht die maximale Empfehlung nachher holen Sie sich ruhig aus der Apotheke oder fragen Sie doch mal den Apotheker, der wird das wissen. Auf der anderen Seite haben wir auch in Deutschland einige Fachgesellschaften, die sich mit der sogenannten Orthomolekularmedizin auseinandersetzen. Die Orthomolekularmedizin übrigens geht auf Linus Pauling zurück, der Nobelpreis gekriegt hat für Chemie, aber wegen anderen Forschungen. Und diese Orthomolekularmedizinischen Gesellschaften beschäftigen sich mit der Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Therapeuten. Und hier geht es um die therapeutische Anwendung von Vitalstoffen. Und da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, es gibt das Forum Orthomolekularmedizin oder es gibt die Plattform der Ärztegesellschaft Orthomolekularmedizin, die überwiegend in Österreich, Schweiz und Deutschland und auch in Südtirol aktiv ist, wo ich selber auch Weiterbildungskurse mache. Und bei allen diesen Seiten, auf diesen allen, diesen Internetauftritten von den Gesellschaften finden Sie auch immer eine Ärzte-Liste. Das heißt, wenn Sie nach einem Spezialisten suchen für Orthomolekularmedizin, dann gucken Sie auf eine dieser Seiten und dort werden Sie fündig werden. Da gibt es ein Adressverzeichnis mit weitergebildeten Ärzten. An was will ich mich mit Ihnen gemeinsam hier orientieren an diesem Seminar, meine Damen und Herren? Und das sind Fakten, Fakten und nochmal Fakten. Wir gucken uns dort die Basis von allem, was wir machen. Wir gucken uns immer an, was ist die wissenschaftliche Information? Welche Publikation gibt es zu einem Thema? Was können wir im Labor objektiv messen? Wo können wir Mangelsituationen feststellen? Und das Ganze bringen wir zusammen und dann können wir ganz klare Empfehlungen treffen. Für mich auch immer relevant die wissenschaftliche Literatur. Was gibt es zu einem Thema beschrieben? Welche Veröffentlichungen gibt es zu einer bestimmten Fragestellung? Und hier gibt es diese National Library of Medicine, das ist eine wissenschaftliche Datenbank in den USA, die übrigens auch für Sie frei verfügbar ist. Das können Sie einfach reingeben, PubMed, dann finden Sie diese Datenbank und dann kann man recherchieren. Um mich das mal zu demonstrieren, habe ich hier eine Recherche Anfang Juni mal durchgeführt mit dem Begriff oxiativer Stress. Oxiativer Stress finden sich allein hier in diesen Datenbanken 171.170 wissenschaftliche Publikationen. Sie sehen schon, da muss was dran sein, wenn 170.000 Forscher, Wissenschaftler sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das kann nicht nur heiße Luft sein. Das werden wir später auch noch intensiv besprechen. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sind eine Langzeitversicherung. Je optimaler unser Organismus mit diesen notwendigen Vitalstoffen versorgt ist, umso besser kann er arbeiten. Und da möchte ich Ihnen nochmal was ans Herz legen. Und ich denke, das ist so zum einfach mal zum drüber nachdenken. Das, was in der Natur gilt, dass wenn das in der Landwirtschaft gilt, gilt auch für uns Menschen. Wir können uns nicht isoliert betrachten. Und in der Landwirtschaft war es so, dass um das 18. 19. Jahrhundert rum die Böden extrem verarmt waren. Die landwirtschaftlichen Erträge waren extrem schlecht. Und es waren Agrarwissenschaftler, Sprengel und dann Justus Liebig vor allen Dingen auch in Gießen und ein paar andere, die dann sich intensiv damit auseinandergesetzt haben mit diesem Thema, die die Mineraldüngung der Böden eingeführt haben. Also auch nichts anderes, als wie dass ich Mineralstoffe, Spurenelemente einem verarmten Organismus, deren Boden sozusagen hier zugeführt habe. Und die Erträge sind damals oder nach wie vor durch die Mineralstoffdüngung sprunghaft gestiegen, fünf-, sechsfach oder noch höhere Erträge, die sich landwirtschaftlich erziehen lassen. Und was in der Natur gilt, gilt für uns Menschen auch. Die Pflanze wird in ihrem Wachstum dadurch eingeschränkt durch die minimalste Ressource, die vorhanden ist. Wenn also praktisch bei einer Pflanze eben Nährstoffe, Wasser, Licht fehlt, dann wird der Faktor, der im Minimum vorhanden ist, das Wachstum dieser Pflanze einschränken. Also wenn wir kein Wasser haben, dann können wir noch so viel Mineralstoffe und Licht drauf geben. Die Pflanze wird nicht gedeihen, die trocknet ein. Wasser ist sozusagen der Minimumfaktor für diese Pflanze. Und das Ganze ist absolut übertragbar auf uns Menschen. Stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie beim Vitamin D, was viele, viele mittlerweile gelesen haben und sensibilisiert sind für dieses Thema, auch viele Ärzte, die das und Heilpraktiker das Thema intensiv natürlich besprechen, bei Ihren Patienten danach achten. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt Vitamin D eingenommen und sagen, Mensch, habe ich jetzt gelesen, habe ich gehört, substituieren mit Vitamin D und haben mir einen Spiegel angepasst, machen eine Kontrolle, alles ist im Lot. Und möglicherweise ist es aber bei Ihnen so, dass Vitamin B12, das Vitamin, was eben Fleisch vorkommt, wo wir den Intrinsic-Faktor in der Magensäure benötigen, bei Ihnen vielleicht der Minimalfaktor ist, dann wird dieses, dieser Vitamin, was im Minimum vorhanden ist, Vitamin B12, wird Ihr Minimum gesetzt sein, wird Ihre Leistungsfähigkeit, Ihr Potenzial einschränken. Das ist nicht das Vitamin D, das Vitamin B12. Es nützt auch nichts mehr, Vitamin D zu geben. Ihr Minimum wäre in diesem Fall Vitamin B12. Und so müssen wir uns auch darüber nachdenken, Vitalstoff-Tuning, wer braucht was in welcher Dosierung, welche Mineralstoffe sind notwendig. Es gibt bestimmte Lebensumstände, bestimmte Faktoren, die einfach dazu führen, dass diese Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die Minimum-Empfehlungen, einfach nicht ausreichend sind. Wenn zum Beispiel Raucher, ja, wenn jemand raucht, wenn jemand Alkohol trinkt, wenn jemand sehr viel Sport treibt, dann verliert er natürlich Mineralstoffe. Magnesium-Defizite sind dort häufiger. Wenn man nachguckt, dass ich nichts vergesse, Frauen zum Beispiel unter der Pilleneinnahme, ältere Menschen natürlich, wo die Resorptionsdefizite bestehen. Bei Jugendlichen zum Beispiel in der Wachstumsphase sind die natürlich wesentlich mehr Mikronährstoffe. Bei gestressten Menschen, die Medikamente einnehmen, ganz, ganz, ganz viele Medikamente sind einfach Vitalstoffräuber, wenn eine Umweltbelastung besteht oder bei infektanfälligen Menschen. Und so ist es so, dass praktisch bei verschiedenen Erkrankungen, bei verschiedenen Grunderkrankungen einfach ein ganz anderer Bedarf notwendig ist. Und dem versucht die Orthomolekularmedizin gerecht zu werden, indem sie sagt, okay, wo ist das Minimum sozusagen bei einer, bei einem Patienten bei einer bestimmten Erkrankung und dieses Minimum versuchen wir auszugleichen. Und gerade Menschen eben zum Beispiel mit Herz-Kreislauf-Erkrankung, mit Bluthochdruck, die hohe Blutfette haben, die Diabetes haben, Menschen, die eine allergische Grunderkrankung zeigen, Menschen, die Asthma zum Beispiel haben, die einen hohen Blutdruck haben oder Menschen, die zum Beispiel Magen-Darm-Trag-Probleme haben und damit einfach auch Mineralstoffe nicht richtig reservieren können. Menschen, die eine Augenerkrankung haben, die eine Tumorerkrankung haben. Das sind alles Patienten, das sind alles Menschen, die von einer zusätzlichen, komplementären, ergänzenden, mit der Haltstofftherapie profitieren können. Und diese Frage, die Sie vielleicht Ihrem Doktor stellen, Herr Doktor, was kann ich denn noch tun? Die möchte ich Ihnen gern in diesem Videokurs umfassend beantworten. Sie haben die Möglichkeit eben, dieser Videokurs sich weiter anzugucken. Im Abspann finden Sie Informationen noch dazu, was Sie in diesem Videokurs erwartet, welches Wissen Sie davon erreichen können und welche Möglichkeiten Sie haben zur Buchung des Videos. Und egal, zu welcher Option, wie Sie sich entscheiden, was ich Ihnen versprechen kann, es ist gut investiert, weil, wiederhole ich mich, Wissen ist die wichtigste Ressource zur Erhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit. Und Gesundheit ist das Wichtigste in unserem Leben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.